Willkommen zu einer neuen Folge auf dem Channel von produkt-kenner.de. Hier ist wieder der Flo und ich werde nun wieder versuchen deine Fragen bestmöglich zu klären. Heute schauen wir uns einen Bericht von Arthur an. Dieser hat über Amazon Prime Now geschrieben, welches er mit 4,5 Sternen bewertet hat. Wie seine Meinung im Detail ausschaut, erfährst du jetzt. Bei Amazon Prime Now handelt es sich um ein neues Auslieferungsmodell in Deutschland, welches zuvor schon in Amerika vertreten war. Es ist seit Mai in Berlin und neuerdings auch in München verfügbar. Es handelt sich dabei um eine außerordentlich schnelle Lieferung von Produkten, die auf Amazon erhältlich sind für Prime-Mitglieder. Es werden mittlerweile mehr als 1.000 Produkte mit der Versandart Prime Now angeboten, darunter auch frische Lebensmittel und Getränke. Um diesen Lieferdienst von Amazon beanspruchen zu können, ist die Prime-Mitgliedschaft Voraussetzung. Die Prime-Mitgliedschaft kostet jährlich 49 Euro und ein Student sogar nur 24 Euro im Jahr. Die Vorteile der Prime-Mitgliedschaft sind vielfältig. Man erhält kostenlosen Premium-Versand, man kann Amazon Prime Instant Video nutzen, wo man Serien und Filme streamen kann, man erhält Zugriff auf die Kindle, Leihbücherei und man kann Musik streamen mit Prime Music und vieles mehr. Man kann sich die Prime-Mitgliedschaft mit noch anderen Haushaltsmitgliedern teilen. Andere Voraussetzung ist noch der Ort. Zurzeit wird es nur in Berlin und München angeboten und dort auch nur für bestimmte Postleitzahlen. Um Amazon Prime Now benutzen zu können, muss die App Prime Now bei Google Play im App Store oder im Amazon Store heruntergeladen und installiert werden. Zurzeit stehen folgende Kategorien für die Prime Now Lieferung zur Verfügung. Lebensmittel, Elektronik, Spielwaren, Bücher, DVDs und Spiele, Amazon Geräte, Beauty, Drogerie und Babybedarf. Lebensmittel. Hier besteht eine breite Auswahl an verschiedenen Lebensmittelprodukten, ob Obst und Gemüse, Kühlprodukte wie Eier, Butter und Milch, Getränke, tiefgekoste Pizza, Eisbrötchen zum Aufbacken und Fleisch- und Wurstwaren sowie weitere Fertigprodukte. Elektronik. Falls man nachmittags feststellt, dass man noch dringend eine Steckerleiste, eine Xbox One oder Batterien braucht, so kann man diese bestellen. Darüber hinaus gibt es noch Kopfhörer und diverses technisches Zubehör. Dies soll nur dem Überblick dienen, um einen ungefähren Eindruck vom Sortiment zu erhalten. Drogerie. Beauty. Man findet hier zum Beispiel Haushaltswaren wie Toilettenpapier, Duschgel und Deodorant. Waschmittel, aber auch Beauty-Zeugs wie Haarbürsten und Make-up. Tierbedarf. Dieses Segment finde ich persönlich besonders interessant. Wenn man beim wöchentlichen Einkauf zum Beispiel zu wenig Tierfutter gekauft hat oder es sogar komplett vergessen hat, so kann man sich es mit Amazon Now liefern lassen. Egal ob Katzenstreu oder Katzen- und Hundefutter oder diverses Spielzeug für die Vierbeiner. Man findet neben diesen nützlichen Produkten noch diverse Luxusartikel oder eine komplette Rubrik zu Wohnaccessories. Die Lieferung und Kosten. Die Bestellung kann man nur direkt über die App erfolgen. Dort muss man zunächst die Postleitzahl eingeben, damit geprüft werden kann, ob Amazon Now in diesem Bereich verfügbar ist. Anschließend loggt man sich in der App mit seinem Amazon Prime Account ein. Nun kann man dort wie gewohnt seinen Warenkorb befüllen. Am Ende kann man wählen zwischen den kostenlosen 2-Stunden-Lieferzeitraum oder der Variante, wo die Lieferung innerhalb von einer 1 Stunde ausgetragen wird. Diese Lieferungsart kostet zusätzlich 6,99 Euro. Der Mindestbestellwert liegt bei 20 Euro. Wenn man seinen Warenkorb kauft, kann man die Bestellung nur noch einige Minuten nach Platzierung stornieren. Danach kann dies vermutlich nur noch über den Kundendienst geschehen. Sobald sich der Kurier auf den Weg macht, kann man diesen auf der Karte innerhalb der App verfolgen. Man kann genau erkennen, wo er sich gerade befindet und damit auch ungefähr abschätzen, wann er eintreten wird. Die Produkte werden in einer Papiertüte angeliefert. Der Kurier weiß also nicht, was bestellt wurde, falls eine Anonymität wichtig ist. Gekühlte Lebensmittel oder Tiefkühlkost werden in einer isolierten Tasche angeliefert, die der Fahrer allerdings wieder mitnimmt. Angefahren kommen die Lieferanten mit Fahrrädern, die durch elektrische Motoren unterstützt werden oder mit normalen Lieferfahrzeugen. In Berlin-Mitte ist dieser neuartige Amazon-Dienst verfügbar und dort habe ich ihn ausprobiert. Bei der ersten Bestellung gab es noch einen 10-Euro-Gutschein mit 30 Euro Mindestbestellwert, den ich natürlich auch verwendet habe. An einem Samstagabend habe ich spontan entschieden, dass ich noch Bier und Toilettenpapier brauche. Also die App geöffnet, das Bier meines Vertrauens ausgewählt, Klopapier in den Warenkorb, um auf dem Mindestbestellwert zu erreichen, noch Süßigkeiten als Lückenfüller. Bestellen kann man den ganzen Tag über zwischen 8 und 24 Uhr, aufgeteilt in zwei Stundenfenster. Das heißt, wenn man sich inmitten eines Zwei-Stunden-Fensters bereits befindet, kann man erst das nächstbeginnende auswählen. Sagen wir, es ist zum Beispiel 9 Uhr, zum Zeitpunkt der Bestellung. Das nächste Fenster beginnt allerdings erst um 10 Uhr und geht bis 12 Uhr. Man kann also frühestens dann mit der Lieferung rechnen. Der Bestellprozess ist, wie man es von Amazon gewohnt ist, sehr einfach. In der App kann man leicht navigieren und die Produkte sind übersichtlich sortiert. Zurück zur Bestellung. Meine Bestellung habe ich gegen 17 Uhr eingereicht, am besagten Samstag. Auf der App konnte ich den Lieferanten live verfolgen und habe mir mehrmals vorgestellt, wie anstrengend es sein muss, jetzt die Leute noch mehr mit dem Fahrrad zu beliefern, inmitten des Berliner Stadtverkehrs. Um 9.40 Uhr klingelt es an der Tür und es meldet sich jemand über die Freisprechanlage. Er sei Mitarbeiter von Amazon und bringe meine Lieferung. Die Annahme erfolgt wie bei jedem anderen Lieferdienst gleich. Der Kurier scannt und man unterschreibt. Bei Alkohol muss man sich ausweisen können. Und schon hatte ich meine Papiertüte in der Hand, sowie meine Kasten Bier, der übrigens kam nicht extra verpackt. Bestellung war vollzählig und flott. Der erste Test lief also problemlos ab. Seitdem habe ich noch einmal bestellt, wo ich im Bedrängnis mit der Versorgung meiner Katze kam. Nochmal der gleiche Prozess. App aufgerufen, waren Korb bestückt, mit diversen Dosen Nassfutter von der Lieblingsmarke und noch ein paar Lückenfüller für den Mindestbestellwert. Zwischen Bestellung und Lieferung lagen knapp 3 Stunden. Ich habe so weit nur positive Erfahrungen machen dürfen. Die Lieferungen waren immer fix bei mir angekommen und die Mitarbeiter hatten stets ein Lächeln auf den Lippen. Ich kann mir allerdings vorstellen, dass bei der 1-Stunden-Variante gegen den Aufpreis eventuell zu Verzögerungen kommen kann. Denn auch dort muss man sich an vorgesehene Zeitfenster halten, sodass auch dort aus einer Stunde schnell mal 2 werden könnten. Dies sind jedoch nur Vermutungen, da ich diese Dienstleistungen bisher nicht ausprobieren musste. Insgesamt ein nettes Angebot von Amazon, wobei ich mir noch nicht wirklich sicher bin, ob das wirklich nötig ist und ob man dadurch nicht zu bequem wird. Für Notfälle bei Lebensmittelengpässen kann dies jedoch ein echter Retter in Not sein. Wie immer gilt, solltest du andere Eindrücke zu diesem Produkt gemacht haben, so unterlasse deine Meinung bitte in den Kommentaren. Dies hilft uns und unseren Mitmenschen ungemein. Abonniere außerdem jetzt unseren Channel, um auf dem Laufenden zu bleiben und bewerte dieses Video mit einem Daumen nach oben. Dir hat das Video gefallen? Schreibe uns einen Kommentar. Wir sehen uns im nächsten Video wieder und hoffentlich bis bald. Das war der Flo von produkt-kenner.de Bis bald. 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 Vielen Dank.